einfach wieder ein paar verschönerungsarbeiten hier mal wieder die hip ready machen jo leute was geht ab willkommen zu einem neuen video ich bin heute mal wieder am trailpark waldsee war ich schon ewig kalten nicht mehr und genau wir starten heute mit ein paar jungs so eine kleine buddel fahraktion um mal wieder die jumps und anlieger ein bisschen in schuss zu bringen und ja später nehme ich euch noch auf ein paar laps mit ich fahre noch eine kleine session und genau ich bin da vorne schon am schippen gewesen da hinten der erste shark finn ist auf jeden fall schon mal ready to ride und ich nehme mich einfach wieder über den tag mit let's go so hip ist dann ist er ready to ride jetzt mit dem pad weiter stop back and just look outside Guck mal. Guck mal. so leute sind hier im laps fahren vorerst fertig mit dem schippen die schwarze line sieht es wieder richtig geil aus sind hier gerade am warm fahren auf der roten und ja vermutlich wird es nur clips mit dem iphone geben weil ich meinen mount für den helm vergessen habe weil ich den neuen helm habe danke da nochmal an sports nuts für den neuen helm und freshe brille und ja wir fahren jetzt ein paar laps sich die in dann du und dann ja juhu weiter Das war's! Jooo So Leute, das war's mit der Session. Ich bin jetzt schon wieder auf dem Heimweg. Hat mega Bock gemacht. Die Line fährt sich so gut und es hat sich richtig gelohnt, mal wieder ein bisschen Zeit und Arbeit reinzustecken. Jetzt wurde es wieder richtig glatt durch das ganze Fahren und es war einfach ein guter Tag. Ich hoffe, die Clips haben euch gefallen. Es war wieder ein bisschen random, ein bisschen iPhone. Ein Dude hat noch was gefilmt. Mal schauen, was ich davon benutzen kann. Und die Insta360 habe ich auch noch mounten können, das heißt, ich denke, es sind ein paar Clips entstanden und ich hoffe, ihr habt Bock auf Radfahren gekriegt. Genau, das war's mit dem Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.